Ja! Gibt's in mir! Oh ja! Geil! Oh ja! Ist das dumm, Alter! Schließ, 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 schließ! Hallo und herzlich willkommen zur Psycho-Zentrale zusammen mit den Oberarztleutnant Fusadom, Akashara und mir, äh, den, äh, Psychopathen schlechthin, Delmanus, Akashara. Stör mich nicht beim Sch... Junge, kannst du mal woanders deinen Schnee lieb... fallen lassen, Alla? Auf geht's! Oh, dein Handsturm! Der einzige Grund, warum Leute Edward gruselig fanden, war wegen seinen Scherenenden. Echt? Ja, das war im Film wirklich so, der einzige Horror, der einzige Horror an dem Typen... Aber halt... Junge, das ist mal ne neue! Weil... Neue Runde... Edward... Edward kann nämlich nicht reden... Echt? Oh... Also, soweit ich mich erinnere, kann Edward nicht re... nicht sprechen... Und, äh, drückt sich halt eher durch seine Kunst aus. Er ist halt so verrückt wie wir. Er ist halt einfach der Maul! Let's a go! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh, lecker Schmecker! Als Maul, du Lappen! Fight! Fight! Meins! 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 Gibt's mir! Oh ja! Geil! Oh, ja! Oh ja! Komm her, du! Oh ja! Yes! Oh ja! What the... Jungen! Ist ja so OP wie die Scheiß sense, alter! in der tat ach Junge ich dachte schon da kommt was wichtiges na los du kannst da mitmachen ist das dumm Alter Gott sieht das ewig aus und los gehts schlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzschlitzsch Ich mache einfach alles, aber nicht, dass wir sowas üben sollten. Ja, äh, anscheinend. War das gerade eine Ansage, oder was? Jetzt gib mir den Loot, Mann! Nein! Aua! Dann kriegst du für den ganzen Kepuls nur scheiße. Attacke! Jetzt reißt es mir hier! Mach die Bombe! Jetzt wird der Fallen! Ja, Baby! Let's go! So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Fortnite. Oh, what? Wenn ihr gefallen habt, lasst mal einen fetten Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, schaut pauschale vorbei, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und, äh, und schaut definitiv auch beim Unit Collective Clan vorbei. Auch in der Videobeschreibung. Und auf meiner persönlichen, äh, Dingsesliste. Keine Ahnung, ist auch verlinkt. Schaut da auch gerne vorbei. Abonniert meine anderen Social-Media-Kanäle. Out da rein! Ciao! Ich bin frei und abonniere mich für mehr geilen Scheiß! Schau meine Videos und lass dich unterhalten. Egal ob Tag oder Nacht, du wirst nicht abschalten. Mit meinem Humor bring ich dich zum Lachen. Und, und, und meines Geldes. Und, und meines Geldes.